Hallo Leute, was geht ab, ich bin Starium, äh, es ist kein Roblox Vlog, also, ich, was mache ich eigentlich, okay Leute, was geht ab, heute kommen wir, willkommen wieder auf den Vlog, und, heute sehen wir Dave, warte, nochmal Kopfhörer, ich gehe gleich bald auch los, ja, mal sehen wir uns bei dir, oder so. Ja Leute, was geht, jetzt gehen wir zu Dave, ja, ich bin gerade angekommen mit dem Bus, ja, dann sehen wir uns bei ihm, guck mal, da sind wir auch angekommen, klingeln wir auch bei ihm, vielleicht macht uns auch, Oh, lass mich, ich erfrieren, hier mit dem Minus 9 Grad. Oh, Nala, Digga, was geht's? Nala, Bruder, ich dachte, Dave hat mir aufgemacht. Bruder, Nala, Nala, Bruder, was geht's? Ich wusste nicht, dass du so chillst. Ich wusste nicht, dass du so chillst hier, Nala und du, ja? Hat Nala mir gerade die Tür aufgemacht? Ja. Boah, ja, auf jeden Fall Leute, ich bin bei Dave. Ja, warum willst du so rum? Äh, naja, weil ich euch nicht gezeigt habe. Ja, auf jeden Fall Leute, ich bin jetzt bei Dave. Es ist arschkalt draußen, bei dir ist ein zerstörter Schneemager oder was so liegt da? Ja, der liegt da schon seit zwei Wochen in der Nacht und hat's nerver gemacht. Bro, ich schminkst einfach nicht, weil es so kalt ist. Ja, guck mal, der Weihnachtsfall, ist richtig fresh. Er macht bei 3, ey, naja, ich bin so rum. Jo. Kollektor. Ja, auf jeden Fall Leute, dann sehen wir uns irgendwann. Äh, Dave. Ah, Junge, das ist ein Psycho. Die ist einfach crazy. Guck mal, wusstest du, dass Dave reich ist? Wie viele die haben, boah, crazy wohl, ich will auch. Das ist leer, ey. Das ist leer. Hey, Dave ist reich mit Diamanten. Oh, wir haben Milchschnitte. Oh, nur ein... Schnitte. So, ja, Milchschnitte. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, ich wollte noch eine oder eine Schnitte. Der Zucker kann quasi da auch nicht beruf sein, deswegen nur eine einzige Schnitte. Ja, und ich soll fett werden. Ja. 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 Dicker. Oh. Opel. Opel, Opel. Macken, Macken. Kugel, Kugelau. Maken, das. Maken, das anders. Tja, dann sehen wir uns irgendwann. Oh. Äh, ja. Dave. So. Der Bang. So, wir machen jetzt, äh, ein... Ja, okay, Dave. Erklär mal, was wir machen. Wir machen jetzt ein Model Corvette Video. Guckt auf jeden Fall am Wochenende. Kommt das? Ja, ich weiß nicht, wann das Video kommt. Tja, das stimmt. Ja, egal, ey. Es kommt irgendwann aber trotzdem raus, halt. Guckt auf jeden Fall auf die Endkarte. Ja. 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 Tja. So. So, ich geh mit diesem Kalbfleisch zu, ähm, Bushaltestelle. Man sieht gar nichts, Digga. Kaltfleisch. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns zu Hause. Dieses Vlog wird irgendwie klein. Und wird sein. Und warte mal, wir haben vergessen, jemanden zu grüßen. Azaz! Man sieht das nicht, Mensch. Ja, ich weiß. Aber wenn wir bei der Lampe sind, dann grüßen wir dich, Azaz. Warte. Guck mal, Dave sieht man ein bisschen. Wir grüßen. Azaz! 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 Der arme Azaz. Ja, okay. Azaz. Der allerbeste. Ja, okay. Dann geh ich jetzt nach Hause mit... Ja, alleine. Ähm. So. Ja, mit Kolfreis. Ja, die sollen wir uns völlig gleich auf die Mauten. Ja. Oh! Ja, okay. Leute. Oh, hier ist ein Stern. Stern. Laura Stern. Ja, okay, Dave. Der renner weg. Karpfleisch. Oh, ist Reis. Was für Reiseis, meine ich? Hier ist voll rutschig. Oha. Hier ist kein Hundeklo. Hast du verstanden? Heilfleisch. Ja. Oha, wie schön. Warum filme ich das? Ja, okay, Leute. Dann sehen wir uns. Ja, die Achse. Tschüss. Jo, Leute. Irgendwie war's das mit dem Video, weil ich vergessen habe weiter zu filmen. Und ich dachte die ganze Zeit, dass ich weiter gefilmt habe und irgendwas gemacht habe. Naja. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf jeden Fall das nächste Video wird ein Weihnachtsvideo. Und dann kommt noch ein Video in diesem Jahr. Und dann war's das. Dann sehen wir uns im nächsten Jahr, Leute. Bis dahin. Schreibt Kommentare, wenn ihr gerne gegrüßt werden wollt. Dann wird ihr noch gegrüßt. Tschüss. Tschüss.